Ganz besonders hervorzuheben ist natürlich das Programm, was wir anbieten, um nochmal die Kajakinteressierten auch abzuholen. Da gibt es einen besonderen Kajakclub auch für und bei jeder Möglichkeit, wenn wir entsprechend an Land gehen oder auf See aktiv sind, wird versucht, sofern das Wetter es natürlich zulässt, dann entsprechend auch kajaken zu gehen. Das ist ein ganz besonderes Programm, wo man einfach wirklich entlang der Reise in einer nochmals kleineren Gruppe einfach eine andere Perspektive einnehmen kann, wenn man beispielsweise durchs Eis paddelt. Es sind einfach wahnsinnig schöne und unvergessliche Eindrücke, die man, glaube ich, sehr, sehr selten gewinnen kann. Was auch ein sehr, sehr beeindruckendes Erlebnis ist, ist vor allen Dingen auch eine Übernachtung in der Antarktis, draußen unter freiem Himmel. Da muss man erstmal sich trauen für wahrscheinlich der eine oder andere, aber ich glaube, keiner wird es hinterher bereuen.